Im Jahr 1983 zogen der 26-jährige Yassar Said und seine fünf erwachsenen Geschwister von Ägypten-Kairo in die texanischen Vororte von Dallas um. Dort angekommen, eröffneten sie einen Lebensmittelladen, der sich als recht lukrativ erwies. Drei Jahre später begann der Bruder von Yassar, Yassin, sich mit einem 14-jährigen Mädchen namens Patricia Owens zu treffen. Die beiden gingen eine Zeit lang miteinander aus, bevor sie sich dann wieder trennten. Schon kurz nach der Trennung wurden dann der Bruder Yassar und Patricia ein Paar. Obwohl Yassar doppelt so alt war wie sie, hielt er bei ihren Eltern um die Hand ihrer Tochter an. Die Eltern von Patricia hatten zwar Bedenken gegen diese ungleiche Beziehung, waren aber der Meinung, dass sie mit der finanziell stabilen Familie Said bessere Chancen im Leben haben würde. In der Überzeugung, dass sie auf lange Sicht das Richtige für sie taten, hatten sie die Einverständniserklärung unterschrieben. Und von da an ging alles sehr schnell. Das Paar heiratete im Jahr 1987, als Patricia 15 Jahre alt war. Ein Jahr später brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, einen Sohn, den sie Islam nannten. Am 3. März 1989 wurde Amina geboren. Und die Tochter Sarah wurde im Jahr 1990 geboren, womit die Familie nun komplett war. Yassar, der wenig Interesse an dem Lebensmittelgeschäft hatte, suchte sich dann eine neue Anstellung als Taxifahrer, während Patricia im Einzelhandel arbeitete, um sich und ihre Kinder zu ernähren. Außerdem züchteten die nebenbei Hunde, um sich etwas dazu zu verdienen. Als die Kinder klein waren, hatte ihre Mutter Patricia ein paar kleinere Zusammenstöße mit dem Gesetz, darunter eine Anklage wegen Betrugs und Besitzes von Pflanzen, die man rauchen kann. Im Jahr 1998 vertraute die damals achtjährige Amina ihre Großmutter mütterlicherseits an, dass sie von ihrem Vater belästigt wurde. Entsetzt über diese Enthüllung war sie sofort zu Patricia gegangen, welche die beiden Mädchen abholte und sie ins Krankenhaus brachte. Als sie von den Behörden befragt wurde, beschrieb Amina, wie ihr Vater sein Vorderteil in Iris getan habe. Sie beschrieb alles detailliert, ebenso wie die siebenjährige Schwester Sarah. Da die mutmaßliche Belästigung mehrere Monate zuvor stattgefunden hatte, waren natürlich jegliche Absonderungen, die einmal dagewesen sein könnten, schon längst verschwunden. Trotz des Fehlens physischer Beweise wurde im offiziellen Bericht vermerkt, dass Schändung nicht ausgeschlossen werden kann. Bei einem Gespräch mit dem Jugendamt hatte Sarah dem Sachbearbeiter erzählt, dass sie Angst vor ihrem Vater und ihren Onkeln habe. In der Annahme, dass Yasser Brüder möglicherweise versuchen würden, zu seinem Gunsten zu handeln, hatten Patricia und die Mädchen im Haus ihrer Mutter Zuflucht gesucht, während die zahlreichen mit dem Fall befassten Behörden ihre Arbeit erledigten. Als Yasser zum Verhör vorgeladen wurde, stritt er ab, sich jemals unangemessen gegenüber seinen Töchtern verhalten zu haben. Obwohl die Behörden seine Unschuldsbeteuerungen anzweifelten, hatten sie keine andere Wahl, als ihn bis zur weiteren Untersuchung freizulassen. Im Laufe der nächsten Wochen hatte Yasser dutzende Male Tag und Nacht im Haus seiner Schwiegermutter angerufen, um mit seiner Frau und seinen Kindern sprechen zu können. Und als sein Tonfall bedrohlich wurde, wurde er unter dem Vorwurf der Einschüchterung in einem laufenden Ermittlungsverfahren festgenommen. Als Patricia erkannte, dass ihr Mann eine Gefängnisstrafe drohte, zog sie ihre Unterstützung für ihre Kinder zurück. Innerhalb weniger Tage sagten die Mädchen dann aus, dass sie sich die ganze Sache nur ausgedacht hätten. Amina erzählte später Verwandten, dass ihre Mutter sie und Sarah gezwungen hatte, die Anschuldigungen zurückzunehmen. Ihre Großmutter, die ihnen von Anfang an geglaubt hatte, verzieh ihrer Tochter nie, dass sie Yasser, den Mädchen, vorgezogen hatte. Irgendwann war Patricias jüngere Schwester zu der Familie gezogen. Kurz nach ihrer Ankunft floh sie jedoch aus dem Haus und behauptete, Yasser würde sie schänden. Aus Angst, ihr mutmaßlicher Angreife, würde ihr das Leben schwer machen, wenn sie sich an die Öffentlichkeit wendet, weigerte sie sich deshalb, Strafanzeige zu erstatten. Im Jahr 2003, als seine Töchter zwölf und dreizehn Jahre alt waren, hatte Yasser sie gefilmt, als sie in ihren Betten lagen. Als sie die Decken bis zum Hals hochgezogen hatten und ihn aufforderten, sie in Ruhe zu lassen, war der Bruder hinzugekommen und hatte die Decken weggezogen. Diese Interaktion hätte man als spielerisches Herumalbern abtun können, wäre dann nicht Yassas Kommentar gewesen, während die Kamera lief. Als der Bruder die Bettdecke von Amina wegzog und ihre Beine entblößte, kann man ihren Vater sagen hören, mhm, sehr schön. Als Sarah, die vollständig bekleidet war, versuchte, nicht gefilmt zu werden, beugte sich Yasser über ihr und sagte zu ihr, sie habe schöne Beine. Etwa zu der Zeit, als Amina 16 Jahre alt wurde, hatte Yasser angekündigt, dass er sie auf eine Reise nach Ägypten mitnehmen würde. Dort angekommen erfuhr sie dann, dass ein Geschäft abgeschlossen werden sollte, das im Erfolgsfall darin bestehen würde, dass sie einen 49-jährigen Mann heiratet. Zu ihrem Glück war das Abkommen geplatzt, weil der potenzielle Bräutigam Yassas Preisvorstellungen nicht erfüllen konnte. Dennoch wusste der Teenager, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie nach Ägypten zurückkehren und an den meistbietenden verkauft werden sollte. Obwohl Amina E-Mails an ihre engsten Vertrauten geschickt hatte, in denen sie ihr nur knappes Entkommen aus einer orangierten Ehe schilderte, beharrte ihre Mutter Patrizia darauf, dass dies nie geschehen sei. Mitglieder ihrer Großfamilie bestreiten dies und erinnern sich daran, dass Patrizia ihnen schon Jahre zuvor erzählt hatte, dass Yasser plante, die Mädchen an Männer seiner Wahl zu verheiraten, sobald diese volljährig waren. Während man von den Töchtern der Familie Said verlangte, dass sie sich an die religiösen Regeln hielten, unterlag ihr Bruder keine solchen Zwängen. Er war der ganze Stolz seiner Eltern und konnte mit ihrem Segen jederzeit tun und lassen, was er wollte. Als Amina 17 Jahre alt war, lernte sie im Take-One-Doo-Unterricht einen Junge namens Joseph Moreno kennen. Obwohl es ihr strengstens verboten war, sich zu verabreden, wollte sie nicht einfach so ihn gehen lassen. Sie fühlten sich in jeder Hinsicht zueinander hingezogen und verstanden sich auf Anhieb. Während Amina willensstark und kontaktfreudig war, war Sarah eher schüchtern und zurückhaltend. Trotzdem hatte sie eine lustige Seite, die zum Vorschein kam, wenn sie unter Freunden war. Sie lernte Eric Panameno kennen und auch die beiden fühlten sich sehr zueinander hingezogen. Ähnlich wie ihre Schwester hatte sie die Angst davor, was ihr Vater tun würde, wenn er jemals herausfände, dass sie mit ihm zusammen war. Zu diesem Zeitpunkt hatten beide Mädchen bereits einen Job als Kassiererin in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft. Während andere in ihrem Alter vielleicht einen gewissen Grad an Freiheit genießen konnten, war dies im Hause Said nicht der Fall. Yasser war fest entschlossen, seine Töchter unter seiner Kontrolle zu halten. Regelmäßig saß er stundenlang in seinem Auto vor ihrer Arbeitsstelle und beobachtete sie durch das Fenster, wenn sie mit den Kunden sprachen. Yasser überwachte sie nicht nur bei der Arbeit, wobei er oft eine Videokamera in der Hand hielt, sondern auch ihre Telefone und Computer, so dass es für sie fast unmöglich war, mit jemandem zu kommunizieren, ohne dass er davon wusste. Trotzdem benutzte Amina, ohne dass er es merkte, außerhalb des Hauses Geräte, um bei jeder Gelegenheit E-Mails an ihren Freund Joseph, seine Mutter, ihren Kampfsportlehrer und einen Lehrer ihrer Schule zu senden. Diese Nachrichten zeichneten ein erschreckendes Bild der psychischen und physischen Qualen, die sie und ihre Schwester durch ihren Vater erleiden mussten. Eine von Aminas E-Mails enthüllte, dass sich die Dinge noch verschlimmert hatten, nachdem ihr Vater einen Brief gefunden hatte, den sie an Joseph geschrieben hatte, den sie liebevoll Jojo nannte, als sie ihre Sachen herumgeschnüffelt hatte. Er war verärgert über ihren Ungehorsam und verlangte von ihr, ihm den Namen und die Adresse des Jungen zu nennen. Da sie es nicht wagte, irgendwas zuzugeben, hatte sie ihm gesagt, dass Jojo nur ein Fantasieprodukt sei. Als Yasser sie aufforderte, die Wahrheit zu sagen, erklärte sie, dass sie sich einen Freund ausgedacht habe, dem sie sich anvertrauen könne, dass sie keinen echten Freund haben dürfe. Obwohl sie an ihrer Geschichte festhielt, dass der Brief in einer von ihr selbst erschaffenen Fantasiewelt entstanden war, waren Zweifel entstanden, die in den kommenden Monaten beunruhigende Ausmaße annehmen sollten. Joseph und seine Mutter wussten, dass Amina jeden Moment nach Ägypten gebracht werden konnte und dann nie mehr zurückkehren würde und boten ihre Hilfe an, wo sie nur konnten. Da Yasser jedoch immer die Oberhand zu haben schien, hatten die beiden einen sehr schweren Stand. Amina und Joseph, die sich eine gemeinsame Zukunft wünschten, begannen ihre Flucht zu planen. Um dies zu ermöglichen, legten sie jeden Cent, den sie verdienten, zurück, in der Hoffnung, nach Las Vegas fliehen und dort heiraten zu können. Obwohl sie wussten, dass ein solcher gewagter Schritt bedeuten würde, dass sie den Rest ihres Lebens auf der Hut sein müssten, waren sie bereit, das Risiko einzugehen, wenn sie dadurch zusammen sein könnten. Yasser ahnte, dass etwas nicht stimmte und hatte Amina eines Tages in ihrem Zimmer in die Enge getrieben und verlangt, dass sie den Namen des Junge nannte, mit dem sie zusammen war. Als sie sich weigerte, soll er sie getreten haben, so, dass ihre Zahnspange ihre Lippen durchtrennte. Um den Übergriff zu dokumentieren, hatte sie die Einzelheiten in einer E-Mail aufgeschrieben, die sie an ihre Freunde verschickte. Die Mutter, Patricia, wollte die Schilderung später nicht wahrhaben und sagte, dass Yasser ein guter Vater sei, der den Mädchen gegenüber nie übergriffig geworden sei. Offenbar spürte Yasser, dass er die Kontrolle über seine Familie zu verlieren drohte und hatte die Familie deshalb im Jahr 2007 nach Ägypten gebracht. Während ihrer Abwesenheit erhielt ein Lehrer an der Schule der Mädchen eine E-Mail von Amina, in der die sichtlich verzweifelte Teenagerin von einer bevorstehenden orangierte Ehe sprach. Sie hatte auch ihre Befürchtungen dokumentiert, dass sie und Sarah ums Leben kommen würden. Wenige Tage nach der Rückkehr nach Texas hielt ein wütender Yasser Amina eine Waffe vor und forderte sie auf, ihm den Namen des Jungen, mit der sie sich traf, zu nennen oder die Konsequenzen zu tragen. Als sie nichts sagte, gab er Patricia angeblich Geld, um die letzte Mahlzeit für seine Tochter zu kaufen. Obwohl er seine Drohung zu diesem Zeitpunkt noch nicht wahrgemacht hatte, war es in diesen erschütterten Momenten offensichtlich, dass es nur eine Frage der Zeit war. Am ersten Weihnachtstag 2007, als die Spannungen so groß wie nie zuvor waren, nahm die Mutter Patricia ihre Töchter und floh zunächst nach Kansas und dann nach Oklahoma. Als sie erfuhr, dass Yasser eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, setzte sich Patricia mit den Behörden in Verbindung und teilte ihnen mit, dass sie vor ihren Mann geflohen waren, da sie ihn als gefährlich bezeichnete. Patricia und ihre Töchter waren zusammen mit Sarahs Freund Eric und einem Freund von Amina, Edgar Ruiz, für ein paar Tage bei Verwandten untergekommen, während sie nach einer geeigneten Mietwohnung suchten. Patricia war sich sicher, dass sie vorerst nicht zurückkehren würde. Als ihre Tante sie daran erinnerte, dass sie diese Behauptung schon einmal aufgestellt hatte, nur um ihre Meinung zu ändern, sobald sich die Situation beruhigt hatte, versicherte sie ihr, dass dies eine völlig andere Situation sei. Wenn sie dieses Mal zurückging, würde Yasser den beiden das Leben nehmen. Alle schien gut zu werden, als sie eine Kaution für ein Mietobjekt in Tulsa hinterlegten. Gerade als es so aussah, als würde sie endlich das Richtige für ihre Töchter tun, hatte Patricia ihnen gesagt, dass sie nach Texas zurückkehren müsse. Nicht um Yasser zu sehen, sondern um sich eine andere Familienangelegenheit zu kümmern. Obwohl Amina sich dagegen gewehrt hatte, hatte sie nachgegeben, als ihre Mutter ihr versicherte, dass sie direkt nach Oklahoma zurückfahren würden, wenn sie fertig sei. Als sie dann den Highway hinunter fuhren, teilte Patricia ihnen schließlich mit, dass sie zurück zu ihrem Vater Yasser fahren würden. Während Sarah widerwillig zugestimmt hatte, ihren Vater zu sehen, hatte Amina sich standhaft geweigert und stattdessen darum gebeten, bei dem Freund Edgar bleiben zu dürfen. Patricia hatte dem Wunsch ihrer Tochter nicht widersprochen, sondern zugestimmt. Nach ihrer Ankunft hatte sich Patricia von Amina verabschiedet, bevor sie Sarah zurück zum Haus brachte, wo Yasser wartete. In den nächsten Stunden hatte Patricia Amina mehrmals angerufen und ihr Nachrichten geschickt, um sie zu bitten, nach Hause zu kommen und mit ihrem Vater zu sprechen. Obwohl sie sich zunächst geweigert hatte, hatte die Hartnäckigkeit ihrer Mutter am Ende doch gesiegt. Sie hatte zugestimmt, ihm noch eine Chance zu geben. In Patricias Version der Ereignisse war es Amina, die sie angerufen hatte, um sie zu bitten, nach Hause zu kommen und nicht andersherum. Auch wenn dies nicht stimmt, vor allem angesichts der E-Mails ihrer Tochter, in denen sie befürchtet, dass ihr Vater und ihr Onkel ihr und Sarah etwas antun wollen, hält Patricia an ihrer Geschichte fest. Am Neujahrstag 2008, um 19 Uhr, bot Yasser an, Amina und Sarah zum Abendessen einzuladen. Als Patricia fragte, ob sie mitkommen könne, sagte er ihr, dass er mit seinen Töchtern allein sein wolle, angeblich, um ihre Probleme zu klären. Als sie in das Taxi ihres Vater stiegen und in die Nacht fuhren, wussten die beiden nicht, dass sie nur noch wenige Augenblicke zu leben hatten. Nachdem er auf dem Taxi stand, vor einem Hotel angehalten hatte, gab Yasser Saeed direkt eine Kugel auf Amina ab, die auf der Stelle verstarb. Dann gab er mehrere Kugeln auf Sarah ab und verließ das Fahrzeug. Obwohl sie kaum noch am Leben war, hatte Sarah es geschafft, den Notruf zu wählen. Sobald die Verbindung hergestellt war, schrie sie, dass ihr Vater Kugeln auf sie abgegeben hat. Scheinbar unbeeindruckt von der Dringlichkeit in ihrer Stimme, hatte der Disponent gefragt, was denn los sei, woraufhin sie geantwortet hatte, dass sie gerade am Sterben sei. Anstatt zu versuchen, so viele Informationen wie möglich aus der offensichtlich verzweifelten jungen Frau herauszubekommen, hatte der Disponent sie in die Warteschleife gelegt. Während er mit anderen Dingen beschäftigt war, blieb die Leitung offen und nahm die schrecklichen Geschehnisse im Inneren des Taxis auf. In den folgenden Momenten öffnete sich die Taxitür und man konnte Sarah hören, wie sie ihren Vater verzweifelt anflehte, aufzuhören, bevor sie dann verstummte. Als sie schließlich ein Vertreter der Feuerwehr in der Leitung meldete, war sie nicht mehr ansprechbar. Während die Polizei versuchte, Sarahs Aufenthalt zu ermitteln, indem sie ihr noch aktives Mobiltelefon ortete, stieß ein Fahrer eines anderen Fahrdienstes auf die schreckliche Szene. Nachdem er einen Blick in das verlassene Taxi geworfen und zwei schwer verletzte junge Frauen gesehen hatte, eine auf den Beifahrersitz und die andere auf dem Rücksitz liefe ins Hotel und bat den Hotelmanager, den Notruf zu wählen. Als die Rettungskräfte eintrafen, erklärten sie beide Geschwister noch am Tatort für verstorben. Eine Autopsie ergab, dass Amina zwei Kugeln aus nächster Nähe bekommen hatte, während Sarah neun Kugeln erhalten hatte. Am 2. Januar 2008 wurde gegen Yasser Abdel Said ein Haftbefehl entlassen. Nachdem er sich vom Ableben seiner Töchter überzeugt hatte, floh er aus der Gegend und war nirgends zu finden. Er blieb für die nächsten zwölf Jahre ein Flüchtling vor der Justiz. Der Freund von Amina, Joseph, dem seine Mutter in der Nacht der Tat die Nachricht überbracht hatte, war, verzweifelt. Obwohl verschiedene Medien Edgar Ruiz als Aminas trauenden Verlobten bezeichneten, wussten diejenigen, die dem Paar nahestanden, dass die Berichte nicht stimmten. Joseph war ein und alles für sie und würde es immer bleiben. Edgar war einfach ein guter Freund gewesen, der ihr durch dick und dünn beigestanden hatte. Als Joseph bei der Gedenkfeier auftauchte, um Amina ein letztes Mal zu sehen, hatte ihr Bruder ihn hinausgeworfen und geschrien, dass er der Grund sei für diese Tat. Während sein Wutanfall viele der Trauernden schockiert hatte, hatte seine Mutter Patricia den Ausbruch heruntergespielt und erklärt, er habe lediglich einen unwillkommenen Gast gebeten zu gehen. In den folgenden Tagen wurde Joseph, der den Verlust seiner ersten Liebe nicht verkraften konnte, zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Amina hatte ihm das Versprechen abgenommen, sein Leben für sie beide zu leben, falls ihr jemals etwas zustoßen sollte und er hatte die feste Absicht, seinen Teil der Abmachung einzuhalten, auch wenn der Liebeskummer nie ganz verschwinden würde. Die Schwester und die Tante von Patricia waren von Anfang an überzeugt, dass Yasser nicht allein gehandelt hatte. Sie vermuteten, dass jemand in der Nacht in der Nähe gewartet hatte und bereit war, ihn vom Tatort wegzuholen. Um die Ermittlungen zu unterstützen, hatten sie Flugblätter mit Yassas Abbild in der gesamten Region verteilt. Als Patricia davon erfuhr, hatte sie die Polizei gebeten, die Verteilung zu stoppen, da sie der ganzen Angelegenheit müde geworden war, wollte sie angeblich die Sache fallen lassen und mit ihrem Leben weitermachen. Die Behörden prüften die Telefonaufzeichnungen von Yasser, aus denen haufenweise Anrufe zwischen ihm und seinen Bruder Yassin vor und nach der Tat hervorgingen. Seltsamerweise zeigte ein Blick auf Patricias Telefonaktivitäten, dass auch sie nach der Tat in Kontakt mit dem Bruder Yassin gestanden hatte. Trotz ihrer Behauptungen, sie habe nicht mehr mit ihrem Mann gesprochen, seit er das Haus mit den Töchtern verlassen hatte, zeigten die Handyaufzeichnungen, dass sie mindestens einmal mit ihnen in Kontakt war, während er auf der Flucht war. Als sie aufgefordert wurde, einen Lügendetektortest zu machen, um unter anderem diese Unstimmigkeiten aufzuklären, hatte sie sich geweigert. Nach ihren eigenen Worten wäre das reine Zeitverschwendung gewesen. In Interviews, die nach der Tat geführt wurden, war es Patrizia gelungen, die Sympathien der Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen. Als man ihr ein Foto von Yasser zeigte, auf dem er ihr ein Messer dranhielt, weinte sie und sagte, dass er damit demonstrierte, was passieren würde, wenn sie ihn jemals verlassen würde. In einem späteren Interview behauptete sie, das Bild sei nur ein Scherz gewesen und die beiden hätten einfach eine Show für die Kamera abgezogen. Dieses Mal wischte sie sich keine Tränen weg, während sie sprach, sondern lächelte. Als sie ein Bild vorgelegt wurde, auf dem sie selbst eine Waffe in der Hand hält, erinnerte sie sich unter Tränen daran, dass Yasser sie gegen ihren Willen zu dieser Pose gezwungen hatte. Später widersprach sie in einem Dokumentarfilm und sagte, das Foto sei auch im Scherz nur aufgenommen worden. Aminas und Sarahs Bruder, mit dem sie eigentlich besonders eng befreundet waren, war von der Tat erschüttert. Auf der Suche nach einem Sündenbock hatte er anfangs die beiden Freunde Joseph und Eric für die Tragödie verantwortlich gemacht. Mit der Zeit fügte er der Liste der Schuldigen seiner Mutter hinzu und ignorierte dabei das Offensichtliche. Obwohl er in den ersten Tagen der Ermittlungen einem Reporter gesagt hatte, sein Vater solle sich stellen und die Konsequenzen tragen, hatte er offenbar irgendwann seine Meinung geändert. In einer beunruhigenden Kehrtwende vertrat er schließlich den Standpunkt, dass seine Schwestern sich mit ihrem skandalösen Verhalten ihr Ableben selbst zuzuschreiben hätten. Im Jahr 2009 trennte sich Patrizia rechtlich von Yasser in einem Verfahren, das als Scheidung durch Veröffentlichung bekannt ist. Bei diesem Verfahren wird eine Scheidungsanzeige in lokalen Zeitungen veröffentlicht, um den abwesenden Ehepartner zu warnen, dass die Verbindung aufgelöst wird. Obwohl Yasser Said auf der Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI stand und für Hinweise, die zu seiner Verhaftung führten, eine Belohnung von 100.000 Dollar ausgesetzt war, gelang es ihm, der Festnahme zu entgehen. Die Behörden hatten zwar die ganze Zeit vermutet, dass seine Familie wusste, wo er sich versteckt hielt, aber sie konnten es nicht beweisen. Nach jahrelanger Bewegungslosigkeit nahm die Fandung am 14. August 2017 eine unerwartete Wendung, als ein Handwerker in einem Apartmentkomplex in Bedford, Texas, die Polizei kontaktierte und mitteilte, dass er in einer der Wohnungen jemanden gesehen habe, auf den die Beschreibung des Gesuchten zutraf. Als die Behörden herausfinden, dass es sich bei dem Mieter um niemand anderes als dem Bruder von Amina und Sarah handelte, wussten sie, dass sie gerade ihre erste echte Spur seit langer Zeit hatten. Um 18.30 Uhr statteten die Ermittler ihm einen Besuch ab. Als er mit dem Bericht des Hausmeister konfrontiert wurde, leugnete er, dass es sich bei dem Mann um seinen Vater handelte. Obwohl er darauf beharrte, dass es sich lediglich um eine Verwechslung handelte, ließ sein nervöses Verhalten die Ermittler glauben, dass er etwas oder besser gesagt jemanden verbarg. In der Überzeugung, dass die Dinge nicht so waren, wie sie schienen, kehrten die Ermittler um ein Uhr nachts mit einem Durchsuchungsbefehl zurück. Als niemand die Tür öffnete, ließ der Hausverwalter sie herein. Obwohl die Wohnung leer war, war eine Glasschiebetür zur Terrasse offen gelassen worden. Als der Boden darunter untersucht wurde, stellte man fest, dass die Sträucher zerdrückt waren, was darauf hindeutete, dass jemand die Flucht ergriffen hatte, als die Polizei anklopfte. Und so begann ein Versteckspiel zwischen den Behörden und dem Bruder von Amina und Sarah, der sich als ebenso geschickt im Untertauchen erwies, wie sein Vater. Drei Jahre später berichteten Zeugen, dass sie den Bruder von Yasser, also Yassin, und den Bruder von Amina und Sarah in einem Haus in Justin, Texas gesehen hatten. Ein dritter Mann, der sich nie aus dem Haus wagte, konnte ebenso durch das Fenster gesehen werden. Aufgrund dieser Hinweise begann die Polizei das Haus zu überwachen. Nachdem sie fast eine Woche lang dieselben Personen kommen und gehen sahen, erwirkten sie einen Durchsuchungsbefehl für das Haus. Am 20. August 2020 betraten die Ermittler das Haus und nahmen Yasser Said wegen der Tatbestände an seine Töchtern fest. Innerhalb weniger Stunden waren auch die beiden anderen wegen Komplizenschaft und Beherbergung eines Gesuchten verhaftet worden. Der Prozess gegen Yasser begann am 2. August 2022. Die Staatsanwaltschaft hat eine Reihe von Zeugen geladen. Im Fall der Said-Schwestern bestand ihr schweres Vergehen darin, dass sie sich außerhalb des Glaubenssystems ihres Vaters verabredet hatten, ein Vergehen, auf das der Vater die Höchststrafe verhängte. Amina, die aus der Tatsache, dass sie sich in Gefahr befand, keinen Hehl gemacht hatte, hatte in ihren E-Mails erwähnt, dass sie vermutete, dass ihr Vater und ihr Onkel sich verschworen hatten, um sie und ihre Schwester zu beseitigen. Diese aufschlussreichen Mitteilungen sollten im Laufe des Prozesses als Beweismittel verwendet werden. Als es an der Zeit war, dass Patricia aussagte, hatte sie ihre Meinung über ihren Ex-Mann noch einmal geändert. Vor einem vollbesetzten Gerichtssaal schilderte sie ausführlich den jahrelangen Übergriff, den sie und ihre Töchter erlitten hatten. Sie lobte ihn nicht mehr als guten Vater, der dem Mädchen nie etwas angetan hatte. Mit keinem Wort erwähnte sie, dass sie es war, die Amina und Sarah in die Hände des Mannes zurückgegeben hatte. Trotz der Berge von Beweisen, die direkt zu Yasser führten, hatte sein Verteidigungsteam argumentiert, dass er ein unschuldiger Mann sei, der wegen seiner Glaubensvorstellung verfolgt werde. Als die Staatsanwälte den geschworenen Sarahs erschütternden Notruf vorspielten, war mit ihren letzten Worten eine Verurteilung so gut wie sicher. Anstatt zuzugeben, was alle anderen bereits wussten, hatte der Verteidiger die Idee auf einmal vorgebracht, dass Sarah in einem Zustand traumabedingter Verwirrung ihren Vater fälschlicherweise als den Täter identifiziert hatte. Am Ende des Prozesses berieten sich die Geschworenen drei Stunden lang, bevor sie Yasser Said in zwei Anklagepunkten des Mordes für schuldig befanden. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Am 19. Januar 2021 bekannte sich der Bruder von Amina und Sarah der Beherbergung eines Gesuchten unter Behinderung der Justiz für schuldig. Im April des selben Jahres wurde er zu zehn Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt. Am 2. Februar 2021 wurde der Bruder von Yasser vor Gericht gestellt und der Beherbergung eines Gesuchten und der Komplizenschaft für schuldig befunden, worauf er eine zwölfjährige Haftstrafe erhielt. Selbst als die Gemeinde bei der Nachricht, dass Yasser den Rest seines Lebens in Gefängnis verbringen würde, erleichtert aufatmete, konnten viele nicht umhin, sich zu fragen, warum Patricia ungeschoren davongekommen war. Ihre Kritiker wiesen darauf hin, dass sie dazu neigte, Yasser über ihre Töchter zu stellen, selbst als klar war, dass deren Leben auf dem Spiel stand. Selbst nachdem er ihnen das Leben genommen hatte, sagte sie in Interviews, dass sie nicht glaube, dass er die Mädchen jemals etwas angetan oder anderweitig geschädigt habe. Ihre Darstellung ihres Ex-Mannes als sanfter, liebevoller Vater oder als herrschsüchtiger Ehemann, je nachdem, was gerade passte, war ebenfalls schwer zu übersehen. Auf der anderen Seite des Spektrums behauptete Patrizias Verteidiger, dass sie von Yasser von klein auf dazu erzogen wurde, seinen Beispiel zu folgen und ihren Mund zu halten. Sie war ja gerade mal 14 Jahre alt, als die beiden sich kennenlernten. Dies mag zwar bis zu einem gewissen Grad auch zutreffen, aber sie hatte bei mindestens zwei Gelegenheiten die Kraft gefunden, ihre Töchter wegzubringen, als klar wurde, dass sie in Gefahr waren. Leider hat sie in beiden Fällen einem fehlgeleiteten Bemühen, die Familie zusammenzuhalten, sie zu ihrem Vater zurückgebracht. Amina und Sarah waren einfach in jeder Hinsicht typische Teenager. Sie wollten Medizin studieren, sie liebten Musik, Tiere, Sport und trafen sich gerne mit Freunden. Das Einzige, was sie von ihren Altersgenossen unterschied, war ihr Vater Yasser, dessen niedrige Meinung über Menschen aus dem Westen ihn in Konflikt mit seinen in Amerika geborenen Töchtern gebracht hatte. Während die meisten ihr Zuhause als Zufluchtsort betrachten, war es für Amina und Sarah ein Gefängnis, aus dem es kein Entkommen gab. ắm nuestra HER